Wieso legen Hühner Eier? Schmeißen geht nicht, gehen sonst kaputt. Könnt mich auch eigentlich nackt zwischen euch stellen, oder? Ich kann es schon gar nicht mehr lesen hier. Was liegt am Strand und kann nicht sprechen? Eine Nuschel. Der war aber süß, oder? Die Nuschel ist süß. Warum hat der Kapitän das U-Boot versenkt? Es war Tag der offenen Tür. Zweite Runde mit Sand, dann wird's hier gefährlich. Warum sieht man Ameisen nie in Kirchen? Weil sie Insekten sind. Warum sollte man Cola und Bier nie gleichzeitig trinken? Weil man sonst Cola-Bier. So ein kleiner Mischbier-Witz.